Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es nochmal ein richtig spannendes Videothema. Und zwar schauen wir uns nochmal das Sonax Plastic & Rubber Coating an. Das haben wir ja schon auf verschiedenen Bereichen auch getestet, auf der Kunststoffoberfläche und auch auf der Reifenflanke. Und da geht es hier immer um zwei Sachen. Einmal wollen wir das Aussehen der Oberfläche verändern, indem wir das ein bisschen auffrischen, abdunkeln, farblich kräftigen. Andererseits wollen wir die Lackoberfläche aber auch schützen mit einem hydrophoben Schutzfilm, der uns zum Beispiel den Schmutz und Wasser von der Oberfläche weghält und ihr braucht dann einfach das nicht so schnell wieder waschen oder der Schmutz löst sich sehr gut an. Jetzt haben wir aber noch einen dritten Punkt. Können wir damit denn auch Kunststoff wirklich richtig optisch aufbereiten? Das heißt nicht nur die Oberfläche, die so und so schon sehr dunkel ist, einfach noch dunkler machen, sondern können wir auch Oberflächen, die wirklich richtig ausgeblichen sind, die richtig schon grau sind, können wir die wieder auf ein vernünftiges Maß holen oder müssen wir das Bauteil vielleicht ersetzen? Und das können wir hier wunderbar am BMW E46 mal austesten, denn an den Spiegelrahmen haben wir Oberflächen, die wirklich richtig, ich sage jetzt mal, alt sind und da werden wir jetzt mal hier dieses Produkt auftragen, um zu schauen, bringt das was, auch was das Aufbereiten angeht oder ist es doch eher nur so was zum Verschönern? Testen wir jetzt mal aus. Viel Spaß. Die Oberfläche sollte auf jeden Fall sauber sein, ist selbstverständlich und jetzt tragen wir das hier mal gemeinsam auf. Ich mache mal eine kleine Abtrennung, damit wir das auch deutlich sehen, den Unterschied. So, und jetzt tragen wir mal das Produkt auf. Ihr habt ja eigentlich alles mit dabei, ihr habt auch die kleinen Auftrageblöcke und wir nehmen uns mal hier das Produkt raus, kontrolliert hier nochmal, dass hier keine kleinen Kristalle drauf sind, dann pustet ihr die einfach mal runter und damit könnt ihr das jetzt hier nochmal direkt in den Applikator reingeben, wirklich nur so ein paar Tropfen bei dieser ganz, ganz kleinen Oberfläche, die wir behandeln wollen und dann tragen wir das hier einfach mal auf. Vielleicht ist es sogar sinnvoller, merke ich gerade, das hier oben an der Spitze zu machen, damit ihr mehr hier vorn auf der Oberfläche auftragen könnt und das etwas genauer machen könnt. So. Jetzt verteilen wir uns das hier einmal um die Oberfläche herum und es sieht optisch schon echt deutlich anders aus. Aber ich will jetzt mal gemeinsam mit euch testen, ob das auch so bleibt oder ob das nach kurzer Zeit dann wieder verblasst. So. Richtig schön verteilen. Und ihr habt auch nochmal alle Infos hier in der Anleitung drin. Nach einer kurzen Einwirkzeit von drei bis fünf Minuten überschüssiges Produkt mit einem Coating-Towel, zum Beispiel das von Sonax, einfach abwischen. Danach soll das Coating mindestens sechs Stunden aushärten und während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer trockenen Umgebung stehen. Also das ist eigentlich komplett easy zu machen, einfach abends in der Garage oder sowas könnt ihr das hier auftragen und dann über Nacht aushärten lassen. Wir empfehlen für eine optimale Produktwirkung, das Coating zwölf Stunden ruhen zu lassen und eine vollständige Reaktion mit der Oberfläche zu gewährleisten. Und ja, die zwei, drei Minuten können wir auf jeden Fall warten. Wir haben so eine leichte Streifenbildung, aber die werden wir gleich entfernen mit einem speziellen Tuch und dann schauen wir uns mal an, wie sich hier der Look auch verändert. So, drei Minuten sind vorbei und ich gehe jetzt mal hier mit dem 250-GSM-Tuch über diese Oberfläche drüber und ihr seht schon, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön kräftig und deckend und sieht jetzt erstmal aus der Position gar nicht danach aus, aber es liegt einfach an der Beleuchtung. Schaut euch das mal an, was das jetzt hier für einen Unterschied bringt. Klar, das Licht erhält das Ganze nochmal, deswegen mache ich hier so einen kleinen Schatten, aber schaut mal hierher. So, guckt mal. Also das ist ja erstmal auf den ersten Blick so, als hätten wir hier ein neues Teil verbaut. Guckt mal. Richtig, richtig schön. Gefällt mir super. Wir lassen es jetzt hier noch ein bisschen aushärten und dann nehmen wir das einfach mal in den Langzeittest, belasten es auch nochmal mit Wasser, obwohl wir das in den anderen Videos ja schon gesehen haben. Hier geht es jetzt mir einfach mal darum, bekommen wir das denn vom Look her auch optisch auf ein neues Level. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal bis morgen aushärten und schauen, ob das morgen immer noch diesen Look aufweist und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, weil das hier sieht richtig, richtig schön aus. So, und das sind jetzt 24 Stunden vergangen und jetzt gucken wir mal genau nach, ob das hier gehalten hat und wie es vom Look ausschaut. Und ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Guckt mal. Also das hat sich vom Look her überhaupt nicht verändert. Es ist nicht so, dass irgendwie das Grau wieder durchgekommen ist. Das sieht richtig, richtig schön aus. Also dafür, dass es vorher, wie gesagt, so eine Farbe hatte und auch mit den kleinen Flecken drauf und jetzt so ausschaut, ist das wirklich ein richtig schönes Ergebnis. Und ich würde sagen, bevor man jetzt hier so ein Teil neu kauft und irgendwie irgendwelche anderen Sachen macht oder das einfärbt oder lackieren lässt, kann man das echt mal mit sowas hier ausprobieren. Weil ihr seht hier, na klar, wenn das Licht drauf leuchtet, wirkt es noch ein bisschen heller, aber deswegen mache ich hier so ein bisschen Schatten. Guckt mal, wie schön dunkel das wirkt. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Unterschied. Und das nehmen wir jetzt einfach mal in den Langzeittest. Und wir können jetzt auch mal mit Wasser raufsprühen, um hier das Abwehrverhalten zu testen. Das heißt, wir haben die Fläche sozusagen ein bisschen aufbereitet plus geschützt und damit auch versiegelt. Wir können ja mal ein bisschen Wasser raufsprühen, weil ich bin gespannt, ob das hier auf diesem rauen Kunststoff auch ein gutes Abwehrverhalten bringt. Los geht's! Also Abwehrverhalten, Schutz und Farbe. Aber es hat richtig, richtig gut geklappt. Also definitiv mal ausprobieren, Leute. Absolute Empfehlung. Also ich bin wirklich super zufrieden. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, was sagt denn ihr zum Ergebnis, dass jetzt ohne irgendwelche großen Lackierarbeiten, ohne das Teil irgendwie auszutauschen, so ein Kunststoffteil, was ein bisschen ausgeglichen ist, das kann man wirklich mal mit so einem Produkt hier behandeln, um einfach vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen. Und am Ende kann man immer noch entscheiden, okay, man entfernt das wieder und man lässt es lackieren oder man holt sich halt ein neues Bauteil. Aber hier, das Ergebnis, das hat mir richtig gut gefallen. Wir schauen uns mal an, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt, wenn das Fahrzeug auch wieder dann in den nächsten Tagen aktiv ist. Draußen unterwegs, in der Sonne, bei Witterung, Regeln, alles was dazugehört. Und wir werden das Ganze auch nochmal nach ein paar Tagen mit Reiniger belasten. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das so schlägt. Aber bis hierher erstmal, also besser ging es doch nicht. Es hat alles erfüllt, was wir wollten. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Sebastian, haut rein. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne einfach über die WhatsApp-Nummer melden. Jederzeit für euch da erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.